Ja, Galudas Musikmagazin und heute ist ja wieder bei mir der Fadi Malouf. Schönen guten Tag! Erstmal noch mal recht 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 herzlichen Dank für deine Gemäldespende für mein Crowdfunding. Hat mich sehr gefreut und mir sehr geholfen. Vielen lieben Dank. Nicht dafür, das hat eine Freude gemacht. Wie viele Bilder malst du denn so im Jahr? Im Jahr? Also ich habe eine erste Ausstellung gehabt im Oktober, da habe ich glaube 17 oder so und jetzt ich habe schon die, ich mache Schichten. Ich habe die zweite Ausstellung jetzt am 22. Juni und ich mache, ich habe schon mit 16 Bilder angefangen. Jo, sonst mache ich viel so Kram, aber die schmeiße ich weg. Also die schmeißt du einfach weg. Das ist ja unglaublich. Manchmal, das klappt doch das nicht. Nein, Künstler schmeißen aber nicht weg. Künstler müssen ihre Entwürfe festhalten und dann, wenn sie dann irgendwann in 100 Jahren tot sind, dass dann die, dass dann die, in 100 Jahren Schatz, dass dann die Erben noch ein bisschen was davon haben. Selbst die Entwürfe sind dann schon Millionen wert. Stimmt, ja. Fertig auch. Aber wie sieht es musikalisch bei dir aus? City of Gold ist ja jetzt mittlerweile dann schon ein Jährchen, so ein bisschen zurück. Ja, arbeitest du dann an neuen Sachen? Naja, also weil ich viele Projekte habe jetzt. Also erstmal, ich habe mir zu Hause so ein Mini-Studio gemacht. Ich arbeite mit einem Software, das heißt Ableton und wo ich selber die Songs komponiere und selber produziere auch. Aber ich bin jetzt total Amateur und ich habe diesen Buch, wo ich lese und lerne, wie ich die Songs produziere. Aber mir ist es wichtig, einen Song aufzubauen. Und dann, wenn ich gut bin, also ich habe einen tollen Mikrofon, Aufnahmemikrofons zu Hause gemacht, weil mein Ziel ist jetzt einen Song, eine Single so auf iTunes ab und zu zu veröffentlichen. Genau. Und jetzt habe ich ein Konzert. Ich mache immer noch ein paar Konzerte hier und da. Und ich habe ein Konzert in Tempodrom, die kleine Arena am 21. Juni. Um 20 Uhr. Und die Tickets sind auf meiner Seite www.vadimalluf.de. Da kommt man auf einen Knopf. Und oder auf Facebook auch. Genau, kann man auch so auf Tickets drücken. Am nächsten Tag habe ich auch meine zweite Ausstellung. Und ja, voilà. Voila. Wo ist denn die zweite Ausstellung? Die ist in der Villa Volke Bernadotte. Die ist auch in Steglitz. Aber wie gesagt, alle Infos stehen ganz klar und deutlich und groß auf der Seite. Und dann bekomme ich doch sicherlich noch eine Einladung, damit ich mal gucken kommen kann, oder? Auf jeden Fall. Der 21. Juni, das Konzert im kleinen Tempodrom steht ja unter dem Motto Sun Kiss. Ja. Und da habe ich mir nämlich überlegt, weil das im vergangenen Herbst war ja Autumn Wins. Ob du deine Konzerte quasi immer den Jahreszeiten anpasst und dementsprechend auch ein Motto draus machst. Ja. Also der 21. Juni ist der erste Tag vom Sommer. Von daher. Und ich hatte damals auf Facebook eine kleine Aktion gemacht, wo die Fans selber die Namen von den Titeln von dem Konzert ausgesucht haben und vorgeschlagen haben. Und ich habe einen davon ausgesucht und die haben auch die freie Karte gewonnen. Und ja, also das ist ein besonderes, der erste Tag vom Sommer. Yeah! Und positive Energie. Und ich mache viele verschiedene Besetzungen mit meinem Konzert. Also manchmal ist es akustisch, manchmal nur mit Piano. Diesmal ist es mit voller Band. Also Schlagzeug, Bassgitarre, E-Gitarre, Akustikgitarre und Keyboard und so weiter. Jo. Volle Kanone sozusagen. Wird denn auch Selena dabei sein? Weil mit Selena hast du ja im vergangenen Herbst auch, glaube ich war das, ne? Wenn es still um uns wird, da kommt sie nicht. Also die ist hässlich eingeladen, aber die... Nicht? Weiß ich nicht. Wir singen nicht zusammen diesmal. Okay. Aber wie kam es denn zu der Zusammenarbeit? Vor allen Dingen auch zu dem deutschen Titel? Also es gibt einen sehr netten Typ, der heißt Holger. Der hat meine CD, City of Gold, vertrieben. Und der unterstützt auch Selena. Und der hat sie für mich so vorgestellt. Und ich fand die Stimme total schön. Ja, sehr, sehr süß. Und ja, dann hat er so einen Titel vorgeschlagen, ein Duett. Und ich war interessiert, weil es auf Deutsch ist und hat geklappt. Ich fand das schön. Heißt genau, wenn es still um uns wird. Auch verfügbar auf iTunes. Und ja, ja, natürlich Promo. Aber jetzt Deutsch, ist das jetzt so die Schiene, die du künftig auch machen möchtest? Oder ist das jetzt mal so eine Ausnahme gewesen, auf Deutsch zu singen? Also, jein. Also nicht unbedingt eine Ausnahme, aber nicht auch nur diese Schiene. Also ich experimentiere gerne. Und vorher hatte ich mich noch nicht getraut, einen auf Deutsch zu machen, wegen meinem Akzent. Aber ja, also mittlerweile, dann ist es egal mit Akzent. Kommt auch Trichamont. Trichamont, ja. Und deswegen, also ich werde immer noch weiter auf die ganzen verschiedenen, also hauptsächlich Englisch, Französisch und Deutsch singen. Und wenn du dir jetzt ein eigenes Homestudio eingerichtet hast, heißt das dann jetzt komplett auf eigenen Füßen stehend und wirklich alles alleine machend? Oder wie soll ich mir das vorstellen? Das ist mein Ziel. Ich möchte richtig gerne, ich bin immer, ich war immer seit Kind so ein Einzelgänger. Weil manchmal, also ich habe mit tolle, tolle Produzenten gearbeitet und so. Aber das ist immer, man muss immer einen Kompromiss machen, besonders beim Songaufbau und so. Den Song gefällt mir nicht, dann muss man, das gefällt aber den anderen, muss man einen Kompromiss machen. Und ich bin, ja, ich bin, ich mag das, ich mag nicht viel Kompromisse zu machen. Wenn es, wenn es mein Song ist, dann, das ist wie beim Kochen, ich hasse es, wenn jemand kommt und dann sich einmischt mit meinem, dann lasse ich das weg. War dir dann so ein kleiner, so ein ganz klitzekleiner Dickkopf eventuell? Sehr. Sehr. Ein, ein sehr kleiner Dickkopf. Ja. Deswegen, ich mag das nicht. Also ich liebe es, wenn ich alleine das machen kann. Auf Englisch sagt man, if you want to do it right, do it yourself. Exactly. Exactly. Aber ich muss viel lernen noch. Ja, also im Umkehrschluss heißt das, dieses Jahr mit einem Album wird es vermutlich eher schwierig. Ja, aber vielleicht. Weil du hast so eine Single bald mal sehen, wenn ich gut. Also ab und zu jetzt, ich nehme auf Songs und ich schmeiße sie auf YouTube, um zu gucken, wie das klingt. Ich habe zum Beispiel probiert mit einem Retro-Sound und dann die Einstellung von dem Mikro ist total so holzig und retro. Oder ich experimentiere viel und dann ich habe den Feedback von den Fundys und ja, die sagen, das klingt zu metallisch, hier ist es zu laut. Das sind viele Details. Ich muss zum Beispiel wirklich so mit den Frequenzen auch, das ist so viel Arbeit, aber macht Spaß. Ich liebe sowas. Learning by doing quasi. Ja, genau. Und dann hast du vorhin erzählt, dass du heute schon mindestens 20 Bananen gegessen hast. Stimmt das? Wirklich so viele? Heute noch vier, aber ich habe vor, den Rest zu essen, ja. Wie kommt es? Du bist jetzt auf den Bananen-Trip oder was hat das für einen Grund? Das Ding ist, ich bin jetzt, ich war eben Vegetarier und ich habe immer viel mit meinen Diäten experimentiert. Ich habe zugenommen, abgenommen, zugenommen, aber dieser Jojo-Effekt hat mich wahnsinnig gemacht. Und dann bin ich, ja, ich habe immer so ein bisschen so chronische Fatigue gehabt, so kürzlich. Und dann, ich habe gegoogelt und gelesen, dass Bill Clinton ist komplett Veganer geworden. Und dann habe ich ein paar andere Veganer geworden. Ich dachte, okay, ich werde dieses Ernährungsteil probieren. Und das ist sehr farb, ich mag Farben und so. Und das hat mir, das passt zu mir, diese Obst und Gemüse und volle Farben und so. Und natürlich, ich bin ein Mitglied bei PETA und ich kämpfe für die Rechte von den Tieren. Und ich kann das, also ich meine, wir sind alle seit Kindheit so brainwashed, dass es wirklich so normal ist, so Fleisch zu essen und das ist schön eingepackt im Supermarkt. Und wenn man sieht, wie das hergestellt ist, dann das wirklich Mord. Und dank PETA, ich habe das wirklich gesehen, wie das zubereitet ist. Und ich kann das nicht mehr mitmachen, dass ich ein Mörder bin. Und ich kann das einfach nicht. Ich kann keine Leder mehr tragen oder nichts Tier. Weil vorher dachte ich, okay, ich esse kein Fleisch, aber weiter so Milch und Eier und so. Aber dann habe ich gesehen, wie das produziert ist. Zum Beispiel bei diesen Eierfabriken, die töten sofort die ganzen männlichen Küken. Und die sind noch lebendig, die schmeißen sie in diese Grausame. Schreitermaschine. Ja, und das ist, oh Gott, dann habe ich richtig geweint und das kann ich nicht mitmachen. Oder die Kühe, die eigentlich eine Kuh lebt, eigentlich 21 Jahre. Und die sind so schlecht behandelt. Und die müssen immer schwanger werden, sodass sie Milch produzieren. Die sind von deren Babys getrennt. Das alles hat mir, also für Gesundheit, ich wollte mehr Energie haben. Und für diese ethischen Gründe, dann bin ich jetzt, erstmal bin ich rohveganer geworden. Was extrem ist, weil das ist für Detox. Ja, also nichts Gekochtes, weil man sagt, wenn man so was Gekochtes isst, man verbraucht diese Enzyme, die der Körper schon gespeichert hat. Und aber irgendwann, nach vier Monaten, mir fehlte, weil ich liebe kochen und so. Jetzt habe ich den richtigen Mittelpunkt gefunden. Und ich habe eine Liebe für die Bananen entwickelt. Die glücklichen Bananen. Ja, aber weil ich auch kein tierisches Eiweiß und so nehme. Also Bananen haben auch Eiweiß dann. Aber komischerweise, mein Gewicht ist stabil. Ich bin nicht hungrig. Aber jetzt, ich übertrabe nicht jeden Tag mit 21 Bananen. Wenn ich zum Beispiel Sport mache, dann esse ich mehr. Aber in den Shakes, da geht es schnell. Ja, es gibt eine, die schlimmer ist, die heißt Freely the Banana Girl. Die isst 50 Bananen am Tag und die hat 20 Kilos abgenommen. Das wäre definitiv nichts für mich. Aber ich habe schon gleich eine nächste Geschäftsidee für dich. Du machst ein veganes Kochbuch und illustrierst das auch noch selber mit deinen eigenen Gemälden. Eigentlich habe ich vor, jetzt ist noch ein Projekt, so eine vegane Kochsendung auf YouTube zu machen. Ja, vielleicht können wir das zusammen machen. Das wäre doch mal eine Idee. Gut, darüber sprechen wir gleich. Gleich gibt es erstmal noch ein bisschen Musik. Und nicht vergessen, am 21. Juni, kleines Tempodrom, Sunkis, Fadi Malouf, live mit voller Band. Ich sage erstmal lieben Dank, dass du wieder da warst. Danke für die Einladung, bis bald.